Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video zusammen mit Kuchenglaas. Jo Leute, was geht ab? Kuchenglaas habt ihr und willkommen zu einer neuen Folge 1.12.1 mit den lieben Mr. Trade. Wir spielen heute mal Special Runde Fortnite. Weil Fortnite ist ja bei manchen einigen eine sehr beliebte Map. Ähm, Map, genau. Ein Spiel. Und dann dachte ich mir mal, spiele ich das doch mal mit Kuchenglaas. So, ich habe jetzt allerdings noch gar keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ne, nicht wer mich erwartet, sondern nicht. Scheiße. Na gut, die Pumpkan ist tatsächlich eins der besten Waffen. Ich habe mir gedacht, vielleicht mache ich es mal mit der SCAR. Der beste Waffen. Wenn ich mich mal mit dem Ich will, lass uns mal entscheiden. Hallo? Ja, hallo. Meinst du mich? Was mache ich? Ja, von mir aus kannst du gerne machen. Warum packe ich in der Map rum? Das hat man in der Aufnahme einfach gesehen. Scheiße, Headshot. Ich scheiße darf man nicht auf YouTube sagen. Sonst kommt Polizei, alles. Wie ist das? Dann bist du im Gefängnis. Alle einmal erzählen das rum, Spaß. Oh, mein Schild ist bereits. Ich glaube, die Person werde ich nicht brauchen. Wolltest du gerade helfen? Ich habe gemerkt, dass ich schon welche Sache ist. Junge, ich habe das Gefühl, meine hat einfach nicht geschossen. Ich habe es gerade nicht wirklich gesehen, aber hast du überhaupt Schaden von mir bekommen? Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Kannst du wollen? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Prozent. Ein HP. Ver Republicся. ähm, war das Ego nicht gemeint? Ja, ne? Nein, äh, ja Mittel halt Ja, Mittel ist entweder Profi besser als, besser als du Uh, kannst du gut bauen, boah Mach mal 9-Piece Ich weiß nicht, was das bedeutet, also Achso, hörst du, die Swag jeden Tag, ne? Ist das auch mein Geflascher? Das, was ich gerade baue, guck mal Diese Thorn, das ist 90 Immer 90 Grad Nein, danke Das sind unsere Schraube, die sich wohl abonniere, 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 abonniere! Beine Abonniere, bis heute Selbstschuld, du hast es selber abgeschaut. Das war ein guter Try von mir. Ja, das war sehr schlecht, das war. Na, danke. Ja, wieso besiegt hab ich dich ja? War mir Spaß. Übertreib mal. Nimm mich so alles ernst, ja? Nein, alles gut, Junge. Alles gut. Weißt du, warum baue ich aus Holz? Frage. Scheiße. Scheiße, ich hab's euch angesetzt. Alle meine Freunde, ne? Eine einfach so mit einem Mini. Ja gut, das war tatsächlich ein bisschen nubig, aber ich glaube, du hättest das mit der Ska hinbekommen. Nee. Darf ich schwitzen? Äh, lass mal lieber, sonst rege ich mich schnell auf. Ach nee, und dann war's. Äh, nö, aber... Also wenn ich beleidige, dann muss ich... Wahrscheinlich werde ich dieses Video dann Tree Wax geben und der wird das schneiden. Gibt's zu deinem Video für was anderes und definitiv... Ja. Ich hab meinen Cutter, ne? Ach so, an deinen Nachbarn. Nein, Cutter. Ja, ach so. Ist das dein Nachbarn. Ja. Scheiße. Gut, wir brauchen. Danke. Du auch. Und die meisten sagen so, boah, bist du schlecht. Ja. Das ist... Das hasse ich an Fortnite. Weißt du, die Schwitzer, die müssen so richtig übertreiben. Weil man alles so richtig ernst nimmt in diesem Spiel. Und man... Ich weiß es nicht. Das war der Grund, warum ich Fortnite echt nicht so richtig mag. Das tut mir auch wirklich leid, Leute. Aber... Scheiße. Ja, wo bleibst du, hm? Scheiße. Ja, ich bin echt ein bisschen außer Form. Damals war... Ich war... Ich hab mal gegen Hans Coco gespielt. Den kennst du ja auch. Solltest du kennen? Ich bin auch in der Beschreibung verlinkt. Wahrscheinlich. Äh, also in der Kanalinformation ist er verlinkt. Ich werde nicht, äh... Ich werde wahrscheinlich nicht unbedingt immer alle unter dem Video verlinken, weil das... Ich weiß nicht. Da hab ich nicht... Da hab ich... Die Kanalinformation... Äh... Oben abstimmen, was? Ja, bei dieser Abstimmung, wo man abstimmen kann, kann ein Kanal irgendwo... Ja, ich weiß. Bei Abstimmungen kann man abstimmen. Scheiße, Junge, ich... Hä? Eigentlich hab ich dir von Gesicht getroffen, aber okay. Ja, ich weiß, ich weiß. Du musst schnell nachdenken. Haha, da warst du nicht. Ja, was... Haha. La, geh los. als ob als ob als obi obi was passiert wenn ich gewinne tausend auf DSM? nee lass mal aber hast du das so viel Geld hast du? nein ne nur 400 wo hast du die ganzen Spiele, ganzen Skins, alles gekauft, alles gigantische und da Skins bekommst du denn nicht weil du nur Fortnite hast du gerne so viele Spiele überträg mal länger aber ich fand du hattest einfach, du hattest voll die gute Taktik ich glaub du hättest mich auch bekommen, wenn ich mich nicht zugebaut hätte es war halt echt ein bisschen dumm, dass du halt das abgebaut hast du warst halt wirklich richtig gewehrlos, weißt du? ja so richtig schwitzer ist einfach nicht spaßig, das ist wie Mobbing so hab ich das immer empfunden ey, ich bug einfach, ich bug in der Treppe rum irgendwie Fortnite hat echt ein bisschen du bist der erste, du bist der erste gegen den ich spiele äh, der wife von mir wohnt, ja so passt, ne? naja im selben Ort, ne? mein W-Lan, mein W-Lan rummeckern scheiße weil ich weiß nicht, ob ich das gehört hab, glaub irgendwas hab ich gehört, aber ich glaub nicht, dass man das so uns Klingelton identifizieren kann komm schon, Digga, wer war das? Unknown Speaker die Mann Also, ja gut, hätte ich ein bisschen tiefer gezielt dann. Okay, ja gut, ich bringe ihn jetzt nicht um, das ist ehrenlos von mir. Na gut, da ich mich gerade jetzt eingebaut habe. Gehst du hier höher? Komm in den Fappen. Hab gehört, Simon, wieder da? Ja. Gut. Äh nein, bin ich nicht. Oh, achso, okay, mit wem rede ich denn dann? Ja gut. Ja gut, ich bin nicht. Das ist die Gingdisch. gut gespielt ich möchte hier nicht provozieren ich weiß vor allem ich weiß auch dass du sehr gut wirst und dass du wahrscheinlich auch normalerweise besser bist ich habe das nicht nein nein ich hatte ich hatte selber leute die schwitzer sind also tut mir leid für die die es sind aber ich finde es ist ein bisschen mobbing ähnlich und da spreche ich aus erfahrung er wollte mir er wollte mir gerade die ehre nehmen und mich mit der spitzsacke töten ich lasse mich einfach so frecklen einfach werden nee das ist ja das macht keinen spaß ich seh so ich schieße breit und warte einfach nur dass er im kopf rauskommt ich bin Ja, das war gut. Das hätte ich nicht den Erben hinbekommen. Hast du gesehen, wie gut ich hier gebaut habe? Gut auf dem Wald. Ich finde es einfach gut, dass so durch die Straße geht, nicht einfach so zu gampfen. Also sagen wir es so, ich habe mich auf jeden Fall verbessert, sagen wir es so. Scheiße. Ich bin so sorry. Ich bin so sorry. Du bist willkommen. Es ist willkommen. Oh, da habe ich dich getroffen. Ja, gleich Null. Simo, bitte nicht aufregen, bitte nicht aufregen. Okay. Außerdem, es ist ja... Warte. Guck, du hast sogar mehr Kills als ich. Oh, scheiße, du bist schon wieder da. Wieso hast du nicht bewegt? Ich schwör mal. Ich weiß, ich... Das war so Glück. Ich bin gerade aus der Pause in den Menü gegangen. Ich bin gerade aus der Pause. Scheiße, ich hab nur Hoffnung. Ich spring gut, ne? Scheiße. Achso, ne, oh. Achso, ich hab das sogar falsch gesehen. Eliminier. Ah, okay, so sieht das aus. Okay. Was? Okay, äh, wer doch, dann ist doch die, äh, Guchenkopf noch besser. Ich vergesse immer, dass du aufnimmst. Warum? Wolltest du mich beleidigen oder was? Nein. Ne, ne, nur nicht. Warum? Wolltest du mich. Wolltest du mich. Zase einmal. Ja. Ja. Wo ist der Junge? Der hat er schon gut gewesen. Boah, Junge, das war schwer, aber trotzdem, du bist an Führen, also, sei stolz. Ja, das ist ja das Gedanke. Hm, naja, ich glaube es tatsächlich nicht, dass ich an Führen komme und selbst wenn es ist, mich interessiert es wirklich nicht, wer führt. Aber ich finde, das ist ein gutes Training, was wir hier machen. Leute, by the way, wollt ihr, dass wir den Dead, machen wir den Deadmatch dann gleich? Oder, äh, Dead One, meine ich. Deadmatch, ja. Scheiße! Ja, oh, ja, jetzt bin ich ganz drinnen. Oh, Junge, ja. Ja, ja. Ganz ehrlich, ja. Jetzt gerade schon. Ich will schießen. In der Luft. Gut, da war so, ja, die Sache ist, ach, hä? Ach so, immer wenn ich jemanden töte, wird mein Leben und, äh, fällt mir jetzt gerade erst so richtig auf. Ich glaube, das habe ich eben auch schon mal bemerkt, aber jetzt gerade, komme ich da auf dieses Thema erst. Ha, scheiße! Oh, Junge, scheiße! Nee, diese Waffe ist scheiße. Scheiße? Ja. Oh, Junge, ich habe meinen Tod gesehen. Ich habe meinen Tod gesehen. Ja, ja gut, aber das, Simo, ich glaube, da hattest du jetzt nicht wirklich eine Taktik, ne? Nein. Von mir aus, lass dir ein bisschen Zeit, um zu überlegen, wie du mich schlägst. Was für eine Taktik, Dinger. Mein Kopf macht direkt so Taktik in den Kopf. Hä? Ich habe gar nicht gesehen, dass die hier auch gibt. Die machen keinen Schaden, ne? Das ist unsere Info. Wenn du legst, ist vorne. Ja, ja, okay, aber... Echt? Ja? Ja, stimmt. Ja, gut, aber... Ich weiß nicht, ob du nicht gewusst hattest, dass die keinen Schaden machen. Ich wollte dich nur wegschupfen. Scheiße. Schei... Die Sache ist... Das wollte ich machen. Oh, danke, du hast mich näher gebracht. Ja, Mann. Du hast mich so laut geschaffen, ey. Die Sache ist, manchmal baue ich einfach nicht so gerne, weil... Ähm... Weil mich das halt in dem Moment schwach macht, weißt du? Was meinst du, Schwachstelle? Ja, dass man in der Zeit halt eine große Schwachstelle hat, ne? Uh... Jetzt wächst es dann wieder vorne. Die Sache ist halt, hätt... Hätt... Wär meine Minigun grad leer gewesen, ich wär so am Arsch gewesen. Leer? Die geht nicht schwer. Ja gut, aber... Wenn ich mein, wenn die überhitzt ist, so. Ja... Kannst du scheiße... Alter, hab ich nicht getroffen hab. Tchüch. Das war gut. Bitch. Was? Ich hab nichts gesagt. Dass du mehr Schaden machst. What's up? What's up, nigger? Rassistisch, nicht so rassistisch im Video, ja? Sorry. Ich hab ein Pum. Äh, dunkelhäutige Menschen. Die fänd ich cool. Ich weiß grad gar nicht, wovon du redest. Also, wenn ihr ein paar zuschauen, ne? Äh, dunkelhäutige Menschen. Die Größe geht raus. Ach, da bist du. Scheiße, nein! Oh, Junge, ich hätt nicht grad gehabt. Einen Schuss, ich schwör. Aber, ich glaub, mit einem Schuss wärst du echt weg gewesen. Kann das sein? Ja, genau. Oh. Ach. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Irgendwie. Deshalb hasse ich die Pumpgun. Nein, einer ist schon kaputt gegangen. Und ich werfe nicht mal den... Mir sind die Controller noch nie runtergefallen. Ich hab noch nie gegen den Controller gehauen. Ich hab noch nie meinen Controller irgendwo hingeworfen. Hast du das echt noch nie gemacht? Na gut, 20 Euro, ne, ist jetzt... Ich mein 20 Euro sind 20 Euro, aber... Uuuuh, das... Das war gut. Also wir haben den für 20... Ich hab für 20 Euro... Nein, 20 Euro Controller. Ja, 20 Euro Controller hast du? Ja, also soviel hab ich für die bezahlt. Die kosten normalerweise so 75 Euro, 100. What? Normaler Playstation-Controller doch nicht. Scheiße. Okay Leute. Liberieren gerade lang auf. Das ist ja zu viel... Zu lange Arbeit... ...gerals. Mh mh. Mh mh. Der hat ja mit mir den Livestream geschnitten zu dem Best-of. Achso. Ich hab gar keinen Bock... ...zu schneiden, Digga. Aber ich muss, dass Sascha's Sachen ganz... ...weine des Werks... ...das kann man so machen. Ja. Ey Junge. Ich... Ich... Wär dir. Du wärst tot gewesen. Wärst du jetzt nicht ausgewichen. Na, obwohl... Willst du ein Wort sagen, du längst vor? Scheiße. Der Junge, du wärst fast tot gewesen. Ja. Ein Schuss wäre ich tot. Ja. Man hat da so ein Gefühl für. Ja. Ja. 36, 36, 36, 36er Junge. Weiß nicht, ob's das überhaupt gibt, aber... Hauptsache ich sage... Ja. 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 Tatsächlich nur so viel, ne? Mit den Granaten rumzuwerfen. Aber du bist ja jetzt wieder vorne. Als ob denn hier... Nein. Videoclip gespeichert. Hab ich ernsthaft auf halbe Stunde? Äh. Ich hab auch auf halbe Stunde. Eigentlich. Dann müsstest du auf Viertelstunde haben. Ich hab Video Clip gespeichert. Ja. Dann hast du auf Viertelstunde gestellt. Nein. Ich hab 100% auf halbe Stunde. Nein. Ich hab Leute gesehen. Dann hab ich da. Scheiße! Als ob ich mich in dem Moment gekommen bin. Hi. Jetzt Gleichstand. So Simo, wollen wir auf die Deadrun-Maps? Digga, ich bin müde. Äh, wie heißt das? Ähm, ich hab dir versprochen, Digga. Wenn er so nachbacht ist. Ich hab echt, ich hab echt das Gefühl, dass die nicht dann schießt, wenn ich drücke. So als wäre das 10 Sekunden verzögerend gefühlt. Ah, ich hab, äh, die Kasse gedrückt. Oh, jemand rufen zu. Ja gut, ich mach mich an, den zu schaffen, ne? Nein. Simo? Möchtest du was sagen? Ähm, Auto. Okay. Ey, ich muss ganz ab, Florian. Nice. Äh, Simo? Ich lasse keine Gnade gelten. Okay. Sehr schön. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Projekt oder welche Videoreihe ihr am besten findet. Dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Spiel ich zocken soll. Geplant war ja mit einem Point Satisfactory oder Astronier zu spielen. So, ich weiß nicht wie es bis dahin mit den Projekten steht. Wenn ich bis dahin ein Projekt noch laufen habe, werde ich das wahrscheinlich abbrechen, weil es gibt Projekte die ich so selten weiterführe, dass ich da wenig Lust drauf bekomme. Das tut mir dann leid für die Leute, die es gerne mögen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass ihr schreibt, welches euch am besten gefällt, damit ich weiß, welches Projekt höhere Priorität zum Aufnehmen bekommen sollte. Wenn ihr sagt, ihr seht gerne in Fortnite, wie wir hier komische Scheiße bauen. Sorry. Ja, wie wir hier so ein bisschen unser Ding machen in Fortnite, dann werden wir das bestimmt auch öfters mal machen. Und, äh... Ja, wenn ihr sagt, zum Beispiel Jurassic World, was ich jetzt im Moment tatsächlich gar nicht zum Aufnehmen... Tut mir leid, mein Deutsch ist grad scheiße. Wo ich im Moment gar nicht zum Aufnehmen komme. Ähm... Wenn euch Jurassic World besser gefällt, dann schreibt das in die Kommentare. Ich werde da Acht drauf geben, dass ich das öfters mal aufnehme. Vielleicht dann sogar in Begleitung von Hans Koko, weil er hat das... Warte... Bevor ich was falsch jetzt sage, Hans guck, ich glaub, er hat das Spiel auch. So, das Spiel ist ja leider nur Solo-Game, aber wir könnten ja parallel spielen und miteinander reden. Vielleicht wäre das interessanter über das Projekt. Weiß ich nicht. Kommt halt drauf an, wie viele Leute sagen, das Projekt ist geil. Ich denk mal, nicht alle werden für ein Projekt, äh, sein. Deshalb schreibt, ganz wichtig, äh, ganz dringend in die Kommentare, welches Projekt ihr am meisten feiert. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Schaut bei Kuchenlach vorbei. Ähm, schaut gerne auch bei Hans Koko vorbei. Und auch, natürlich auch gerne bei Kari TV. Okay. Ciao, ciao.